so folge 6 ich weiß gar nicht wie lange die letzte folge war aber wenn ich bis jetzt immer bei 20 minuten war dann bin ich jetzt schon bei zwei stunden aber das ist sowieso ein run kann man das schon lange nicht mehr nennen danke schön danke für nichts aber ein run kann man das schon lange nicht mehr nennen also ich bin gespannt wie es sein wird wenn ich das aller erst mal so ein run mache der dann wirklich was ist so vor allem das ist ja auch das allererste weil ich hier überhaupt dran gemacht habe an der map man ich bin doch ins wasser warum ist das plötzlich so schwer kann mir das irgendwie jemand so ein bisschen na so wisst ihr wie ich mein so weil ich es verstehe oh nein okay das war dumm das war schön dumm schön blöd aber egal ich ziehe jetzt einfach durch und vielleicht wird das ja irgendwie was oder so vielleicht auch nicht ne oh mein gott warum jetzt bin ich mit der stirn irgendwo gegengestoßen man das gute ist normalerweise kann ich solche aufnahmen wiederholen aber hier gibt es ja einen timer und so ein mist jetzt aber oh mein gott ich dachte ganz kurz da ich schon wieder falsch gesprungen bin aber ich hätte die krise bekommen einfach nur die krise du so aber jetzt wird richtig gerusht und die map auseinander genommen in einer halben stunde der jahr ja mann zwei folgen und ich bin durch komm das wird es jetzt oder ich bin level 62 so viel kann das auch nicht mehr sein oder genau hier war die lava hier bin ich letzt mal gestürzt und hier habe ich mir ist ein bisschen leichter gemacht dankeschön dankeschön leon oh nein oh nein oh gott ich warte mal nein oder ich dachte ganz kurz dass ich jetzt irgendwie wieder nach unten gesprungen bin aber ich glaube da ich das gar nicht so schlecht gemacht habe dass es vielleicht sogar so sein muss so soll es sein so kann es bleiben so habe ich es mir gewünscht alles passt perfekt zusammen weil endlich alles stimmt und mein herz gefangen nimmt da habe ich ja schon letzte folge erzählt da ich so eine mini xavier naidu phase hatte ist eigentlich auch schon wieder vorbei ich höre das eigentlich schon gar nicht mehr ich bin jetzt schon wieder auf meinem rap trip na ich habe ein bisschen viel respekt hier vor der ganzen geschichte oh mein gott sag an jawohl level 63 ok aber das läuft doch jetzt gerade sehr lecker so oder und wir mit diesen kleinen was was achso ok da zack zack oh gott komm wuhh ey ich bin gerade im flow leute komm jetzt bloß diesen flow nicht zerstören oder oh gott dankeschön hier bloß den flow nicht zerstören und dann kommt er mit so einer mini kacke ey hm hm ok nach da oh gott äh flow meine freunde oh gott zack okay das ist schwer flow hin oder her das ist schwer und das reimt sich yeah oh mein gott was ich soll rapper werden oder was hm auch ne och ok ne das geht ok wunderbar natürlich geht das leon mensch nein pfff okay dankeschön ähm aber ok ich glaube ich weiß wie es läuft genau nach da oh gott nein 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 ok ganz easy geschafft aber ich habe es fast gehasst ähm oh mein gott man kann bestimmt wieder mit dem levitation effekt so schön ausrasten oder na einfach hier ah mein jetzt kommt ne mine hübsche äh 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 was ja aber lag das darf ich jetzt ne ich darf jetzt mal äh lag blamen weil ich habe da wirklich einen kurzen ruckler gehabt das ist blöd ok warte mal warte mal äh oh gott ok das ist spannend oh gott ach ja 66 die schönste zahl der welt ähm hä ne man muss jetzt hier doch bestimmt irgendwo hoch oder wo muss man dann dahin hä hallo ja ne weiste dann springe ich halt einfach nach da ups ok oder auch nicht hä hä ich bin grad äh äh bisschen auch nur ein bisschen so ne hä 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 man wird doch zurück teleportiert wenn man ins wasser springt wie ist denn los ich bin grad absolut lost ich bin grad absolut lost oh ok hat sich erledigt meine lieben oh mein gott oh mein gott ok aber das ist ganz genau die sache leon warum folgst du nicht einfach dem scheiß weg ey das war schon wieder guck mal der weg der geht da hinten um die ecke ne und ich guck drei jahre woanders hin so wo ich mir so denke so ja ganz ehrlich dann dann muss dummheit halt auch bestraft werden so ha er machts manchmal so schön offensichtlich aber ich ne ähm ne da muss man doch hin oder also keine ahnung dass es richtig war aber es hat sich richtig angefühlt und wenn sich was richtig anfühlt dann ist es richtig punkt oh gott das kann man sehr leicht falsch nehmen oder so hä das das war halt das hat sich halt auch richtig angefühlt und war nicht richtig da hab ich schon den fehler in meinem eigenen system gefunden ey das ist nicht gut ach gott ja oh nein oh nein was ist denn hier los warte mal überlebt man einen sprung in lava ich glaub wenn es tiefe lava ist dann ja ja ist es aber nicht ja okay ne äh wie wie mach ich den den jetzt hier am besten okay ungefähr so na die idee war schon ganz richtig da bräuchte ich bitte einen gravity spieler weil gravity die ist ja ist ja the dropper und ich hab so viele kollegen die gravity spieler sind ne und die lachen mich bestimmt jetzt aus oder so ne eigentlich nicht die lernen ja auch nur die maps auswendig ey das ist ja immer ewiger kritikpunkt an deathrun und karate spielern ich will lernt ja nur die maps auswendig ja lernen selbst pfff aber cool jetzt alles wieder hochlaufen ne mensch das ist doch angenehm hier oder jetzt geht es wieder nach oben da hätte es jetzt wieder nicht funktioniert ne so hikel der eine punkt da musst du bisschen noch dran arbeiten mein guter bei allem respekt vor deiner person aber nein das geht so nicht he he oh warte 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 kann man hier irgendwie auch da rein springen man springt da dran vorbei mhm ne ich glaube das ist nix das wird so nix nein oh gott ja da war der kleine schock schon da aber ne ich war mir eigentlich sicher dass ich das überlebe bla bla ihr wisst bescheid ok gut hier hinten ne ach komm jetzt hier durch wursteln wursteln alter ok alles klar hier wird gewurstelt ähm ah ok ne ja war fast dumm aber auch nur fast so an der kompletten dummheit bin ich gerade noch so vorbei nein oh nein ach komm nein ok es geht noch klar ja ich habe mich doch noch gerettet aber ich war zu schnell und dann wollte ich bremsen und dann habe ich ja also ihr wisst bescheid das war so semi smart kenne ich auch das smart spiel ich weiß nicht ob das einer von euch als er jung war gespielt hat aber immer als wir bus gefahren sind so grundschule oder so wenn wir einen smart gesehen haben dann waren wir die krassesten boys auf dem hof auch es geht schon wieder nach unten und immer wenn man smart gesehen hat musste man smart schreien und durfte irgendjemand schlagen irgendwie der letzte der einen smart gesehen hat der war uncool oder so also keine ahnung ich weiß nicht mehr wie das spiel funktioniert aber es war richtig cool das spiel ja und ihr wer es gespielt hat gehört automatisch zur gang ja damals so wir waren schon cool damals muss man sagen also jetzt ohne irgendwie überheblich zu klingen oder so wir waren halt schon die krassesten ne so machen wir mal weiter in die richtung in oh gott nein ich will immer wieder raus rennen das sieht so richtig aus ist auch ein bisschen spannend das das ist ganz genau das was mich gerade in psychologie so interessiert dieses musterdenken dass man praktisch verschiedene leute verschiedene menschen verschiedene muster als persönlichkeit gibt oder so kann ich irgendwann nochmal genauer erläutern aber ich bin grad absolut auf psychologie forschungsebene da ich unbedingt ich kann mir nix schöneres vorstellen in meinem leben als psychologie zu forschen also als zu psychologie zu forschen so wenn es ne gibt oh nein oh nein ok dann ist es halt so dass man zurück teleportiert wird uncool also nein nicht uncool aber naja mag ich nicht so level 69 alter 6ix9ine mhm mhm mmhm ach komm der gute Takeshi 6ix9ine ich kenn einige leute die den ultra geil für mich aber ich werde den Hulk glaube ich nie verstehen warum ist meine stirn so riesig Dass ich überall gegenknall damit, ey. Okay. Nee. Nee, das geht jetzt zu weit, du. Hey, was ist denn los? Warum knall ich denn die ganze Zeit dagegen? Ist das überhaupt der richtige Weg? Das wird doch wohl der richtige Weg sein, oder? Ja, das ist der richtige Weg. Mensch. Boah, ich muss wirklich last second abspringen, ey. Immer dieser Stress, du. Mensch, Hilke, setz mich nicht unter Druck, du. Äh. Okay. Oh, nee. Ich habe das Gefühl, dass ich da hinspringen muss, aber... Moment, aber... Ich bin jetzt schon richtig, oder? Ja, ich muss nach da. Hm. Wenn das mal alles so einfach wäre, ne? Aber... Surprise, surprise. Ist es nicht. Ha! Oh mein Gott, ich bin schon so gespannt auf meinen allerersten Run, weil das ist echt hier katastrophal, du. Und man kann, ey, ich bin eigentlich viel, viel zu langsam, ich will unbedingt schon meinen ersten Run haben, meinen ersten Speedrun, meinen allerersten, wenigstens eine Zeit oder so, ne? Also, selbst wenn ich 20 mal fail, also ich werde höchstwahrscheinlich 20 mal failen bei so einer langen Map. Aber, ihr wisst, was ich meine, so. Also, dass man halt sehen kann, wie weit man kommt, was noch alles rauszuholen ist. Was ist denn dieser Sprung hier so schwer, Mann? Die ist doch unfassbar, du. Oder kann man vielleicht ganz außenrum springen? Gibt das Sinn? Fast. Alter. So. Jetzt aber. Ich springe aber nicht ganz außenrum. Selbst wenn ich noch 20 Versuche brauche. Ich will nicht außenrum springen. Das fühlt sich so falsch an. Das kann nicht richtig sein. Mann! So. Wie oft soll ich den noch... Okay, dann probiere ich halt nochmal außenrum. Okay, mit Bogenspringen ist auch gut. Dankeschön. Danke, danke, dann weiß ich das jetzt. Ist jetzt auch gut. Dankeschön. Oh Gott. Jetzt ziehe ich aber durch, du, oder? Ja, moin! Mann! Ich darf einfach nichts mehr sagen über durchziehen oder so. Komm, bis Level 70 mache ich heute auf jeden Fall noch, oder? So. Ach da. Ja okay, nach außen springen bringt wohl. Dann probiere ich es die ganze Zeit nicht, ne? So, weil ich bin mir so sicher war, dass es nichts bringt. Aber okay. Dann nochmal. Den da hier. Den da hier. Zack. Ich habe das Gefühl, dass ich schon wieder einen Flow drin habe, so, ne? Aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich die Map jetzt schon zum zehnten Mal hier durchwasche. Okay, bis 71 Mal hier noch. Oh mein Gott, was? Shit. Jetzt bin ich schon wieder zu motiviert, anstatt, dass ich jetzt aufhöre, so, ne? Also, ne, nicht nach da. Jetzt möchte ich es aber auch wissen, ne? Jetzt möchte ich auch bis Level 71 kommen. Aber wisst ihr, was ich spiele, aber bis zum nächsten Fail. Selbst wenn es so ein kleiner Fail ist. Obwohl, ne, also. Bis zum nächsten Level, wo ich einen Fail drin habe, sagen wir so. Also, wir wollen ja jetzt auch nicht übertreiben, so. Ich habe Angst. Ich will da nicht raus. Ich komme da nicht mehr rein. Okay, aber ich muss raus. Die haben es vermutlich so gemacht, dass man da nicht mehr reinkommt, damit man nicht abkürzt oder so. Keine Ahnung. Nein. Na, okay. Bis zum nächsten Level, wo ich einen Fail mache. Das heißt, hier ist noch erlaubt. Hier, ich darf noch einen Fail machen. Okay, also. Jetzt hier sagt man nichts. Also, den, das Level hier darf ich noch zu Ende machen. Aber schade. Da habe ich es da halt verkackt. Aber das ist auch nur halb so wild. Denn jetzt sind wir hier beim nächsten. Und ich möchte sagen, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.